La Strada baut meist Kastenwagen für zwei Personen. Der La Strada Avanti F bietet aber mehr. Er ist für Paare und Familien gleichermaßen geeignet. Im neuen Fiat Ducato profitiert der Fahrer von den zahlreichen serienmäßigen Assistenzsystemen. ESP, elektronische Überschlagsvermeidung, Berganfahrhilfe, Antischlupfregelung und elektronischer Bremsassistent. Mit 6,36 Meter Länge und knapp über zwei Meter Breite kommt das Familienmobil im Straßenverkehr zügig voran. Dafür sorgen auch die kraftvollen Turbodieselmotoren mit 130 bis 178 Pferdestärken. Bequem ist die Sitzgruppe für vier Personen. Ausgestattet mit zwei Dreipunktgurten lassen sich die Rückenlehne und Sitzfläche der Sitzbank in vier Positionen arretieren. Gerade bei langen Fahrten sorgt die konvexe Form der Rückenlehne für bequemes Sitzen. Im Fahrerhaus wird eine neue Polsterung über die serienmäßigen Sitze des Fiat Ducato gezogen. Verstärkungen und Einlagen sorgen für mehr Festigkeit, verbesserte Ergonomie und mehr Seitenhalt. Das Mückenschutzgitter für die große Schiebetür des Avanti F hält ungebetene Plagegeister draußen. Ein seltenes Komfortmerkmal bei Kastenwagenreisemobilen ist der beheizte Doppelboden. Im Wohnbereich punktet er mit Platz für Werkzeug, Schuhe und andere Utensilien. Bei geöffneter Schiebetür fährt unter dem Küchenblock eine große Schublade aus, die zugleich als Stauraum und Außentisch nutzbar ist. Im Mittelteil des Avanti F liegt die Küchenzeile. Der eingelassene Dreiflammengaskocher hat einen Piezozünder, was das Hantieren mit Zündholz oder Feuerzeug überflüssig macht. Neu an Bord ist ein 80 Liter Kühlschrank mit automatischer Energiewahl AES. Stauraum für Töpfe und Pfannen bieten die Auszüge unter Herd und Spüle. Zwei Flügeltüren geben den Zugang zum kompakten Bad frei, mit allem, was man so für die Körperpflege braucht. Komfortabel geht es in den Betten des Avanti F zu. Dafür sorgen ein Frohli-Teller-Federsystem und Kaltschaummatratzen. Auch die Bettenmaße von 197 x 142 cm im Heck und 200 x 130 cm unter der Decke sorgen für erholsamen Schlaf für bis zu vier Personen. Der La Strada Avanti F kombiniert die Annehmlichkeiten eines weit größeren Familienmobils mit der Flexibilität eines Kastenwagens. Mehr Komfort für vier Personen lässt sich in einem Kastenwagen kaum realisieren.